Die Glamour-Welt der Versicherung Ja, ich trank meine auch manchmal so. Das macht die Jungs ganz wild. Cool. Ich arbeite noch dran, aber ja. Deine sieht auch toll aus. Kokosnussöl. Wir sollten uns mal treffen, Tipps austauschen. Klar. Cool. Ich schreib dir auf Facebook. Hast du einen Alias? Nicht direkten Alias. Mary heiße ich da. Williams. Mit Hashtag hinten dran. Also, vielleicht. Doch irgendwie?